Ja, ich meine, Sie entschuldigen, wenn ich das sage, aber das Problem der jetzigen Regierungskoalition besteht halt darin, dass es die falsche Koalition ist. Aber das müsste, ich gebe auch gerne zu, es war fast nichts anderes möglich, nach der letzten Bundestagswahl, aber es hätte nicht so weit kommen müssen. Das Problem der jetzigen Regierungskoalition besteht halt darin, dass es die falsche Koalition ist. Ich will Sie entschuldigen, wenn ich das sage.